Auf der CeBIT 2013 sind nicht nur IT-Firmen vertreten, sondern auch Ausbildungseinrichtungen, wie zum Beispiel die Cyberakademie, wo IT-Sicherheitsbeauftragte ausgebildet werden. Jetzt begrüße ich dazu den Geschäftsführer von der Cyberakademie, Ralf Kaschow. Guten Morgen. Was ist die Cyberakademie, Herr Kaschow? Die Cyberakademie ist eine noch relativ junge, neu gegründete Ausbildungseinrichtung. Ihr Ausbildungsprogramm ist spezialisiert, zugeschnitten auf den spezifischen Bedarf der öffentlichen Verwaltung, von Sicherheitsbehörden, von kommunalen Wirtschaftsunternehmen. Was uns auszeichnet und aus der Masse hervorhebt, das ist auch unser spezifisches Angebot. Das heißt, wir bieten Zertifizierungsseminare an, unter anderem in Kooperation mit sehr, sehr anerkannten Zertifizierungsbehörden wie der TÜV Rheinland Akademie. Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen keine eigene Infrastruktur oder kein eigenes Lehrpersonal aus folgenden Gründen. Zum einen wollen wir am Puls der Zeit sozusagen sein und wählen deswegen die Experten und Dozenten für unsere Lehrprogramme aus Unternehmen, aus der Wissenschaft und aus Verwaltungen letztendlich aus und bieten das komplette Seminarprogramm sowohl bundesweit entsprechend an, an entsprechenden ausgewählten Konferenzzentren als auch als spezifisch für den Bedarf zugeschnittene In-House-Veranstaltungen. Wieso spezialisiert sich die Cyberakademie gerade so auf IT-Sicherheit und Datenschutz? Bei IT-Sicherheit nach wie vor, ich würde mal sagen, ein sehr, sehr lebendiges Umfeld ist. Jeder weiß heutzutage, wenn er in die Zeitung schaut oder wenn er in die Medien schaut, wie rasant sich die Informationstechnologie weiterentwickelt. Jeder hat ungefähr, glaube ich, einigermaßen eine Ahnung, inwieweit das heutige Leben von dem Funktionieren der Informationstechnologie abhängig ist. Aber viele, glaube ich, sind sich immer noch nicht so sehr der Gefahren bewusst, die damit verbunden sind. Und das betrifft halt vor allen Dingen halt auch Behörden in der öffentlichen Verwaltung, weil genau das sind mögliche Ziele für kriminelle Angriffe, weil zum einen dort natürlich sehr, sehr kritische Prozesse laufen und die müssen aufrechterhalten werden, um das öffentliche Leben dann weiterhin zu gewährleisten. Zum anderen sind dort natürlich auch zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder im Finanzwesen auch sehr sensible, hochsensible, zum Teil personenbezogene Daten, die dort verarbeitet werden. Und auch das ist ein sehr, sehr beliebtes, in Anführungszeichen, Ziel von Kriminellen, auf die zuzugreifen und die dann entsprechend auch verwerten zu können. Was sind denn zum Beispiel Seminarthemen? Also was bieten Sie für Seminare an? Wir bieten Seminare auf den unterschiedlichsten Ebenen für unterschiedlichste Mitarbeiter oder auch Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung an. Beispielsweise bieten wir an Seminare für IT-Sicherheitsbeauftragte oder auch für Datenschutzbeauftragte. Das sind Seminare, um Ihnen einfach mal ein Beispiel zu geben. Die gehen über fünf Tage normalerweise. Am fünften Tag wird dann durch den TÜV eine entsprechende Zertifizierung vorgenommen. Das heißt, es wird ein Test durchgeführt und bei bestandener Prüfung natürlich ein entsprechendes TÜV-Zertifikat ausgegeben. Wer legt die Inhalte fest und Themen, wenn Sie hier kein eigenständiges Lehrpersonal haben? Wie setzt sich das zusammen? Die Inhalte werden nicht nur jetzt von uns, also von der Cyberakademie selber, von der Geschäftsführung festgelegt. Sie kommen auf unterschiedliche Art und Weise zustande. Ein wichtiges Gremium innerhalb der Cyberakademie ist der sogenannte Programmbeirat. In diesem Programmbeirat sitzen die unterschiedlichsten Vertreter aus den unterschiedlichsten Zielkreisen, die wir adressieren. Also beispielsweise, um Ihnen einfach noch ein paar Namen zu nennen oder ein paar Beispiele zu nennen, ist ein sehr, sehr wichtiges Mitglied für uns der IT-Direktor aus dem Bundesinnenministerium, Martin Schallbruch, der hier mitwirkt. Wir haben verschiedene Staatssekretäre aus unterschiedlichen Länderministerien, die sozusagen auch den Bedarf in den unterschiedlichen Bundesländern mit einbringen können. Wir haben natürlich auch wissenschaftliche Partner mit an Bord im Programmbeirat, die die aktuellen wissenschaftlichen Trends, vor allem technologischer Art, in das Programm mit einbringen können. Also wie zum Beispiel das Fraunhofer-Fokus, um auch hier nochmal ein Beispiel zu nennen. Und wir versuchen natürlich auch in weiteren Schritten internationaler zu werden. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir seit kurzem auch von EC3, das heißt vom European Cybercrime Center, EC3, in Brüssel einen anerkannten Vertreter, nämlich den Assistant Director, den Herrn Oerting, mitgewinnen konnten, hier mitzuwirken. Wie groß ist denn der Bedarf eigentlich noch an IT-Spezialisten in Behörden? Der Bedarf, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig schätzen, ist sehr, sehr groß. Weil eben durch diese rasante Entwicklung, die wir haben, die wir teilweise ja kaum mehr selber mitverfolgen können, ergibt sich eigentlich Tag für Tag irgendein neues mögliches Sicherheitsrisiko, gerade für Behörden, die personenbezogene sensible Daten dann verwalten. Und ich würde mal sagen, also alle Behörden heutzutage hinken mehr oder weniger hinter den aktuellen Trends hinterher. Und da ist es umso wichtiger natürlich dann die brisanten Risiken, die es gibt. Aber auch in die Zukunft schauen, mögliche zukünftige Risiken entsprechend in Lerninhalten, in Seminaren zu vermitteln. Sie sprechen es schon an. Sie schauen in die Zukunft, wie wird sich denn die Cyberakademie voraussichtlich weiterentwickeln? Ja, wie schon angedeutet, die Cyberakademie ist noch relativ jung. Unser Ziel ist erstmal Schritt für Schritt den deutschen Markt ein entsprechendes hochqualifiziertes Ausbildungsangebot anzubieten und uns hier eine entsprechende Reputation zu machen. Wir werden das Seminarangebot natürlich dann weiterhin ausbauen in den unterschiedlichsten Themenbereichen, aber immer natürlich mit dem Fokus IT-Sicherheit, Datenschutz, Cybercrime. Und in den nächsten Schritten werden wir auch auf die internationale Ebene gehen. Deswegen hier zum Beispiel auch schon EC3 beispielsweise im Programmbeirat mit, um auch hier zukünftig auch europäische Polizeien zum Beispiel adressieren zu können. Über das Ausbildungsangebot hinaus werden wir uns zu einem Kompetenzzentrum entwickeln. Das heißt, wir wollen nicht nur Seminare anbieten, nur in Anführungszeichen, sondern zukünftig auch für Fragestellungen, für Problemstellungen, was zukünftige Strategien im Bereich IT-Sicherheit betrifft, beratend mitwirken zu können. Wir haben im Programmbeirat eben sehr, sehr viele unterschiedliche Organisationen, Wissenschaft, Unternehmen und so weiter und können in Zukunft dann auch auf diese Kompetenzen natürlich beratend zugreifen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Vielen Dank für das interessante Gespräch live von der CeBIT 2013 in Halle 7. Vielen Dank.